Warum ist die Klärung der medizinischen Voraussetzungen vor Einreichung eines Antrags auf Frührente wie Erwerbsminderungsrente, Berufsunfähigkeitsrente, Schwerbehindertenausweis unverzichtbar? Guten Tag, liebe Leserinnen, liebe Leser. Mein Name ist Konrad Huber. Und in diesem Video möchte ich Ihnen aufzeigen, warum der Nachweis der medizinischen Voraussetzungen für die Bewilligung einer Frührente unverzichtbar ist. Die Bewilligung einer Erwerbsminderungsrente in der gesetzlichen Rentenversicherung setzt grundsätzlich die Erfüllung von zwei Hauptkriterien voraus. Erstens Erfüllung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Zweitens Erfüllung der medizinischen Voraussetzungen. Diese beiden Hauptkriterien gelten übrigens auch für die Beantragung von Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung, sprich Berufsgenosenschaft und oder aus privaten Unfall- und sonstigen Versicherungen. Des Weiteren auch bei der Beantragung eines Schwerbehindertenausweises. Absolute Grundvoraussetzung ist zunächst die Erfüllung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Ist diese Hürde gemeistert, muss der schriftliche Nachweis über das Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen erbracht werden. Der medizinische Nachweis besteht aus dem Inhalt der persönlichen Krankenakte. Der Inhalt der persönlichen Krankenakte ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Antragsverlauf. Beinhaltet die persönliche Krankenakte keine glasklaren Fakten bzw. keine aussagefähigen Arztberichte der behandelnden Ärzte und Kliniken, aus welchen die Gründe für die dauerhaft abgesungene Leistungsfähigkeit nicht zweifelsfrei ersichtlich sind. So setzen sich die Betroffenen einem Begutachtungsmarathon, veranlasst durch die deutsche Rentenversicherung, mit ungewissem Ausgang aus. Das heißt im Klartext, Betroffene sind sehr gut beraten, wenn sie sich bereits vor Einreichung eines Antrages nachhaltig um die Organisation von glasklaren, detaillierten, aussagefähigen, unwiderlegbaren Arzt- und Entlassungsberichten kümmern. Wer diesen Aufwand scheut und sich nicht um diese Fakten kümmert, der macht einen Riesenfehler, welcher in einem laufenden Rentenverfahren nur sehr schwer korrigiert werden kann. Denn dann wird die deutsche Rentenversicherung durch ihre eigenen vertragsabhängigen Mediziner Begutachtungen veranlassen und eigene Fakten präsentieren, welche später nur sehr schwer widerlegbar sind. Eine ordentliche Krankenakte besteht zum einen aus einer tabellarischen Krankengeschichte mit entsprechenden Nachweisen, der in der Krankengeschichte enthaltenen Angaben, des weiteren aus nachvollziehbaren, detaillierten Beschreibungen der einzelnen gesundheitlichen Gebrechen wie aktuelles Beschwerdenübersichtsblatt, Schmerzfragebogen, Gesundheitsfragebogen, PHQ-D aktuellen, glasklaren, unwiderlegbaren Arztberichten. Der Inhalt dieser Krankenakte sollte insgesamt den medizinischen Nachweis erbringen, dass die Leistungsfähigkeit des Antragstellers aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden auf Dauer auf unter drei Stunden pro Arbeitstag innerhalb einer Fünf-Tage-Woche auch für leichte Tätigkeiten am allgemeinen Arbeitsmarkt abgesunken ist. Wird dieser medizinische Nachweis seitens der Antragsteller vor der Antragseinreichung nicht erbracht, so wird die Deutsche Rentenversicherung zusammen mit ihren vertragsabhängigen Medizinern und Gutachtern alle Hebel in Bewegung setzen und den Gegenbeweis erbringen, dass die Leistungsfähigkeit des Antragstellers noch über sechs Stunden pro Arbeitstag innerhalb einer Fünf-Tage-Woche beträgt. Hier ist die Deutsche Rentenversicherung dann stets im Vorteil, denn sie verfügt über ein ganzes Arsenal an gesetzlich legitimierten Möglichkeiten, den Betroffenen das Leben schwer zu machen und DRV-eigene Interessen durchzuboxen. Grundlage ist hierzu unter anderem der gesetzlich festgelegte Grundsatz. Reha geht vor Rente. Sprich, Rehabilitation geht vor Rentenbewilligung. Fazit Stellen Sie bereits vor Antritt einer Reha-Maßnahme und oder vor einem Begutachtungstermin sicher, dass Sie glasklare, detaillierte, aussagefähige Arzt und Entlassungsberichte in Ihrer Krankenakte haben. Nehmen Sie grundsätzlich zu jedem Reha-Termin, Gutachter-Termin, Rechtsbeistandstermin, Arzt-Termin, Krankenhaus-Termin immer Ihre Krankenakte in Kopie mit und bestehen Sie immer darauf, dass der Inhalt Ihrer Krankenakte tatsächlich auch berücksichtigt wird. Durch diese Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Ihre Angaben in die Bewertungen einfließen müssen und dass nichts übersehen wird. Wenn Sie dermaßen konsequent vorgehen, erreichen Sie bei allen Ihren Anlaufstellen eine einheitliche, unmissverständliche Darstellung all Ihrer gesundheitlichen Gebrechen. Durch diese Vorgehensweise stellen Sie sicher, dass Ihre Angaben in die Bewertungen einfließen müssen und dass nichts übersehen wird. Wenn Sie dermaßen konsequent vorgehen, erreichen Sie bei all Ihren Anlaufstellen eine einheitliche, eine einheitliche, unmissverständliche Darstellung all Ihrer gesundheitlichen Gebrechen. Ich wünsche Ihnen auf Ihrem weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute, bestmögliche Gesundheit und viel Erfolg bei Ihren Antragsvorhaben. Auf Wiedersehen in einem der nächsten Videos und auf meinem privaten und unabhängigen Hilfs- und Infoportal. Ihr Konrad Huber auf www.erwarbsminderungsrente.biz www.erwarbsminderungsrente.biz Im прилut Im Bil est